moin leute und herzlich willkommen zurück auf meine kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute heute ist der lander mit am start und was spielen wir heute und das werden wir heute mal ausprobieren und ja wie auch immer das funktionieren hast du ein charakter ausgesehen ja ich habe kurz in die steuerung aber was das schon empfindlich 6 und die ganzen antworten charaktere sind nicht freigeschaltet glaubt ihr muss man noch freischalten ja du bist ja auch dabei ist genauso wie ich so bist du bereit natürlich verarschen das spiel hat nicht genügend spieler kann man das nicht zu schweiz spielen jedoch doch noch spiel beginnt so hat es noch nicht bereit bei mir war nichts mit bereit drücken ja keine ahnung da stand bei mir entweder sind nicht genügend spieler drin oder ich alle sind bereit und die klubs schocken wenn er die hinweise wo bist du genau da bist du wieso bis jetzt auf einmal wieso bin ich die frau auf einmal die frau endlich ausgewählt und ich habe diesen klubs schauer den schwarzen ach man kann alle paar sekunden wir haben nicht hast du das gehört das soll ich gehört jetzt habe ich gehört so ein atem als würde die jemand ich muss man muss werden ok du hast geringe dauer an das auf rechts einer seite mit kuchen wir leuchtstäbe werfen ja stimmt wohin fliegt das teil was es geht und jetzt hast du geschrien wird ja ich habe hier zwar nicht wollen was ist das für eine störung so jetzt kommt man kommt nicht permanent beim laufen hast du das direkt die betrifft kronen und kopf das ist das mal kurz wie ja das kopf wackeln ist voll unangenehm er was mit überwachen er das ist die frage irgendwelche hinweise der komponente mannend mit rechtsklick so hier werden so ein kompass hier ist etwas hier vorne und glaube ich ach komm was müssen wir bis zu den wo man das in der nähe zu hören ich bin hier wo bist du denn ich bin auch bei diesem karte ich auch komm mal hier hinter die hinter die hinter die hinterwille komm mal du kannst leuchtschäbe werfen um den weg zu beleuchten die kreatur zu verlangen haben wir müssen die symptomen an der das ist zusammen wo bist du jetzt die hinter die du guckst noch gruseliger als glaube ich nötig der gleiche und sein aber hast du deinem taschland ausgeschaltet wird ja mit einer ausgeschalteten taschenlampe wird es doch schwieriger zu finden aber hast du auch nichts zu gucken warte mal wo ist noch mal kompass hier wo ist überhaupt diese dreckskreatur wenn er jetzt vor mir auftaucht wird mich erschreckt gleich alte vier deinstellieren und nie mehr schmieren und vergessen wo bist du ich bin hinter dir bleib auch hinter dir ich weiß gar nicht wohin wir müssen hast du das gehört nein willst du dich fliegen nein oh mein gott was das war so laut gerade ja das habe ich auch glaubt gehört als würde jemand in so einem mündkopf fallen oder so kompass hat dieser scheißschild dieser kack schilder habe mich verursachen halt verpässt du scheißschild oh da ist es wie ich wohin mit der taschlampe betäuben ich betäube er ist doch verpiss dich warte ich mein meister und starb ich schlag ihn so wer hat mich gefangen hey du musst mit der taschenampel den durchleuchten ja habe ich doch noch die gehen gelaufen sogar hat man dritt geklappt alter ey check das nicht was muss man wo machen oder idole sagen wer kreativiert eine konzentriere nicht mehr wo abstand okay was sind ich noch mal so ein scheiß Teil ach Hilfe wo hier bei mir hinter dir ne 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 das war das schild keine ahnung was passiert mit mir halt was schreitst du denn hier so rum HILDA 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 Alter dreht voll durch Alter warte mal mach mal Kompass in welche Richtung zeigt er dir an warte da liegt es wir müssen wieder zurück uah ah pissig HILFE HILFE geh weg also hier weg das wir können die Taschlampe das ja bei 1,2,3 auf jeden Fall auf jeden Fall wir kommen zu ja ich komme hinter dir her äh kann zu den Kompass benutzen er gerade nicht mehr äh 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 Moment mal oh falsche Taste weil wir nach vorne müssen wir ne nach rechts jetzt auf einmal hä wird der Fack ne geradeaus wir müssen da rein ne wir müssen da rein komm mal hier rein wo 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 man das denn dann her ach ja Hinweis zu finden was soll das für ein scheiß Hinweis sein ach so wir müssen sechs weitere Hinweise finden schlecht um wow ich hätte ja auch voll viel Sinn statt einfach wegzugehen von hier nein wir müssen hinweise finden hohe Hilfe und er ist hinter mir er hat mich ich leuchte ihn noch an ich habe keinen Taschenlampe mehr ja hallo du bist ein Geist hallo ich kann dir helfen womit mit dem Kompass irgendwie so leb wohl wieder oder schuldigen nein du wirst immer noch mehr kannst du mich sehen ja du bist ein Geist durchsicht nicht so ne dann kann ich alles hell ja ok lauf zeig mir den ich wollte wenn der Viech kommt ich komme die dann irgendwie so auf oder so ist das Batterien ah hier Batterien warte so jetzt habe ich das schlampen Licht blinkt was eigentlich auf ja blinkt so ein Tonband auf oder ne man hört so einen komischen Sound so ein Rauschen man hört was auf jeden Fall ja doch hier hier habe ich gehört ja hier hier es gibt einfach keinen Sinn hm hier weiter Scheiß auf der du hast er labert oh mein gott verpiste ich nein wo wir können sie doch sehen ich kann es ich kann es all ich konnte es nicht sehen es war ein anderer war das ein anderer spieler neul koch so heißt er vielleicht das und verschlungen kiel kreatur gewinnt ihr trüsen hier drüben hier drüben was ist das denn denn ach so unser weg was wir machen also dieser kreatur habe eine komische da bist du ein geist geworden das ist hier gibt es einfach kein sinn ja das ist ja das ich meine ich habe den sinn von vorne so bis hinten nicht kapiert man soll so hinweise suchen ja und dann kommen so ein paar aliens haben wie es keine ahnung können das ja noch mal probieren aber weil du kannst diesen fisch in schokolade verwandeln lassen wird den sein skin als schokolade auswählen ich habe hier auch keine achte viel ich heiße und was wir treffen haben aber ich meine und du sollst jetzt aufdruck dann die hin weil sie suchen ja hier drin ob das bei demselben bleiben weil wir uns ein bisschen vielleicht auskennen ich hab mir mal als schokolade verwandelt oder fang mal ja 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 wo bist du wo ist hier ja ich konnte ja nicht rüber du musst einfach durch okay kommt was sagt nach vorne ich habe eine batterie gefunden dass man irgendwie die nicht einladen kann das ist so ein scheiß idol hinter dir ich leuchte ich wollte gerade sagen wenn ich mir schon keine Zwerg vorbeigelaufen hat ich wollte schocken das war doch nur du diesen typ den du ausgesucht hast habe ich ausgesucht du bist so eine kleine Frau das ist so dumm alter du suchst für den Partner aus guck warte 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 hast du dein Handy bei dir? die guckt so wehnen guck dir das mal an wie du das riech hinter mir hinter dir oder leuchte hier warte guck mich mal kurz an guck mich mal kurz an die schieb die schieb die schieb die schieb die schieb ich glaube wir müssen hier hoch ich habe schon Blut auf meinem Bildschirm ich auch aber jetzt mal ernsthaft ne du wirst an mir vorbeigelaufen war als ich da von einem Riechner festgehalten oder? hinter mir hilf mir brenne du kannst mörden dich das macht überhaupt keinen Sinn alter ey äh da steht da stand gerade drücke die richtige Reihenfolge um irgendwas mit dem Ding aufzumachen wo sind denn hier Schalter nur hier? drücke die Schalter um die richtige Reihenfolge unser Schloss ah ich glaube hier oder? beheimnisvoll irgendwas beheimnisvoll Schloss kommen die nachsache zwei verbleiben ich habe hier drauf gedrückt ok hier ist noch eins oh falsch los zurückgesetzt ok das ist das erste dann ist ein anderer das zwei drücke scheiße oh Gott oh f*** dich verpiss dich oh wow hey ich sterbe mit dir ja warum? ne doch nicht ich bin nett bei dir ok das ist so behindert na selten so ein behinderter spielse da hinten wenn sie sagt er abnet vielleicht du da hinten ist da hinten ist irgendwas grünes ich höre es auch warte ich habe die kombination dann tust dann mach ich gar um die geheimnisvolle tour zu verbreiten zum blech ne du hast die Drohe geöffnet stand da du öffnen jetzt die Drohe geöffnet und passierte oh mein Gott das war nur ein scheiß hinweis ich dachte ich bekomme so eine Waffe oder so doch die Lampe aus wieso ich sehe aber nicht auch nicht mich doch aber lauf mal von außen wir müssen hast du einen Kompass? ja hab ich oh mein Gott du hohen Sohn hat mich erschrocken alter wieder mich erschrocken hat ja das ist so ein komisches Game alter wirklich nicht überhaupt nicht wir sind Ermittler was ermitteln wir denn? ein Schokoladen übertrungenes komisches Viehörl aber die Viecher kommen ja immer nur zu uns ja ich glaube der wird sozusagen zurückgesetzt und spawnt er irgendwo am Arsch der Welpen kommt wieder zu uns jedes Mal wenn wir den hier schmelzen lassen mit der Taschlampe wir waren ja auch nur auf einem Fleck da zielt er dein Gehirn oder was? ich hab keine Ahnung was das für mich ist und was das sein sollte gerade was jetzt? keine Ahnung das mach ich so hilfreich ok dann lass rausgehen oder so ja ich hab auch ne komisches Game eben